Mopperlii Haha Hallo Leute herzlich willkommen auf meinem Kanal Heute nehme ich ein besonderes Video auf Muss ich muss es über Windows-Standard-App machen leider Wenn Slack sorry, kann nichts dafür Muss es nicht ersetzen die Settings Ja leider Ähm bei Satisfactory habe ich alles auf Ultradar oder keine Probleme So Freunde hier Was wird am 22.12. passieren Da findet einen Live Worte Einen Livestream statt 24 Stunden bei Twitch, Youtube Oder nur Twitch Oder nur Youtube weiß ich noch nicht Aber ihr werdet zu sehen Da wo ich live bin Ich erstelle dann so eine Liste hier Ja ähm Hat Spiele die ich spielen werde Wie ETS 2 Wie GTA 5 Wie Dead Big Alive Jede Zeit 10 Stunden Oder 5 Stunden 15, 15, 15, 20 Das sind nur 4 Spiele Naja Vielleicht will ich mich auch länger Ja Ihr werdet es ja sehen Freunde Aber wenn es euch diesen Leistungen dann gefallen sollte Oder gefällt Ach Gefallen sollte Gefällt Falls euch es euch gefallen sollte Ich kann ja gerne voll unterlassen Abo Meitere Folgen meine Leistung zu verpassen Wir können auch gerne mit Discord kommen Da wird auch noch mal Ich habe alle mitgenommen von Ihnen Freunde ich tritt immer da wo die Kupplung ist Ja ich habe ja 3er alt durch euch Und da habe ich die ganz linke drücken Sorry Naja aber ihr dürft nichts verpassen Freunde Also ich werde euch empfehlen dabei zu sein Also ich werde euch nur Das ist eure entscheidende Vielleicht machen mich an Ich habe Multistream Vielleicht auch mit einer anderen Hier hat das Erd meines Sicht Stream und ich seine War doch richtig was ich sagte oder Mh 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 Da Freunde Webseite ist auch Mh Man gibt Gas Seht ihr erlaubt Meine Webseite ist in einer Videobeschreibung verlinkt Kann hier auch keiner vorbeischauen Ist kostenlos Ist kein Juros was manchmal sagen würden Ja Disco verstehen Youtube Also Youtube Lade ist ja hoch Und bei Tiktok Bei Tiktok Und Twitch einfüllen Achso ich habe grün Oh Gott bin ich lost Oh Gott bin ich lost Ja gut Das hat keiner gesehen dass ich lost Morgen habe ich frei Da kann ich auch noch mal Ja Morgen kommt kein Video nur am D Äh Am den 21.11 So eigentlich So eigentlich wie der Video ist Jeden zweiten Tag kommt Video Also falls ihr das sieht Ist ja schon mal vorbei Da ist dann der 23.11 Da wird ihr das Video ja sehen Ist ja dann sogar als Premiere Könnt ihr das dann bei Nachrichten aktivieren Und ja Sei ruhig dein Schachtel Also er Also Twitch habe ich Tiktok Youtube Äh Kick 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 ist nämlich eh da nicht mehr Kick ist Schmutz Schmutz Acht Nach oben Das habe ich jetzt nicht gedacht Also Freunde Seiten Dabei ist nicht mit Inkenntnis ein Wenn auch Glücksrad Da sind Es gibt die Fuss Team Können ja auch noch Nähen Der Link ist immer noch gültig Und ja Ich Ich Dann freundlich Das war kurz Das ist mit Für heute Für den 21.11 D D D D D D D das sehen wir uns am entweder und 22.12. Livestream muss meine Schwester fragen ob es am 24. zu uns kommt da muss ich leider den Plan ändern haben sie es so eilig ja auch Entweder bis 5 ich überlege schon ob ich 8 Stunden zu machen ohne zu schlafen überlege ich mir auch jetzt Lachen das so ähnlich na ich überlege Bastian 420 auch nicht mehr geschafft bisher ja das schaffe ich dies diesem nächsten Monat naja hast ja mal da auch nicht geschafft ja hat man gesehen ja gut mich hat recht ich hab also Freunde das war's jetzt da kommt auf gerne mein Disco-Server und dann sehen wir uns am den heute ist ein Video rausgekommen morgen nicht Dienstag ja es ist der 21. 22. 21. am 10 25. 22. �� 5 und adix tschesz tschesz tschолов tschüss tsch遠 tsch 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 tsch